Mein Name ist Heiko Küffner vom Bürgerverein Bamberg-Mitte. Wir machen zusammen mit Andi Klenk und Erich & Anna Productions eine wunderbare Musikveranstaltung an einem Samstagabend an vier verschiedenen Plätzen in der Innenstadt, am Maxplatz, am Gabelmann, am Heumarkt und in der Ausstraße, wo DJs spielen werden oder auflegen werden, verschiedenste Musikrichtungen, wo die Leute schauen können, welche Musik zu ihnen passt und das wird gewechselt nach zwei Stunden. Also ein Abend voller Musik für die Innenstadt und das kostenlos und für alle.